...Pietro´s Mutter. Sandra besuchte gemeinsam mit ihrem lokalen Guide das Kinderhafen, in dem Petro als Kleinkind mehrere Jahre geliebt hatte. Die Erzieherin von damals arbeitete dort noch heute. Von ihr hoffte sich sein Arme über Petros Mutter zu erfahren. Sie hat alle Geschwister mitgenommen und nur Petro hat sie hier gelassen. Warum? Petros Mutter wollte ihnen einfach ein besseres Leben ermöglichen. Auch das Jugendamt war der Meinung, sie sei zu arm, alle Kinder zu ernähren und erlaubt es nicht. Petro war der Jüngste unter seinen Geschwistern und sehr krank. Alle mussten viel hungern und leiden. Letztlich hat sie es aus Liebe getan und Petro eine bessere Zeit zu ermöglichen. Ein weiteres Spiel führte nach Petro. Die Samba Petro wurde bekannt für traumhafte Seinstande. Wir haben auch Arme von den ersten Straßenkriminalität gehören bis heute zum Alltag der Stadt. Die Samba Petro. Ich sitze mal